Am 28. Mai 2014 kommt es in einem McDonalds in der chinesischen Stadt Xiaoyuan zu einem absolut bizarren und tragischen Vorfall. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 37-jährige Wu Shuyen, die in einem Einkaufszentrum in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet, geht nach ihrem Feierabend ins Erdgeschoss, wo sich das Fastfood-Restaurant befindet, da sie sich dort mit ihrem Mann und ihrem sieben Jahre alten Sohn verabredet hat. Während sie auf sie wartet, fährt ein Porsche Cayenne vor dem Restaurant vor, aus dem sechs Personen aussteigen. Es handelt sich um die Familie Shang, den 55-jährigen Shang Lidong, seine Freundin, die 24-jährige Shang Xiaolian, drei Kinder aus Lidongs früherer Ehe, und zwar die 30-jährige Fan, die 18-jährige Hang, der 12 Jahre alte Toteo, sowie eine Frau namens Lu Yingshun, die ebenfalls bei der Familie lebt und eine Geliebte von Lidong ist. Die Familie gehört zur Kirche des Allmächtigen Gottes und sie wollen andere Personen für ihre Religion anwerben. Abends um 9 Uhr im McDonald's. Nachdem sie sich etwas zu essen geholt haben, geht die Tochter Hang von Tisch zu Tisch und erklärt den Leuten, wer sie sind und redet über ihren Glauben. Anschließend fordert sie alle der Besucher auf, ihnen ihre Telefonnummer zu geben, damit sie sie kontaktieren können. Erstaunlicherweise machen fast alle Gäste mit, doch Wu Shuyen weigert sich, Hang ihre Nummer zu geben. Sie hat kein Interesse daran, mit einer Sekte in Kontakt zu sein. Offenbar scheint Wu die einzige der Anwesenden zu sein, die ihre Nummer nicht herausgegeben hat, denn Hang kehrt zum Tisch ihrer Familie zurück und weist sie speziell auf Wu hin. Ihre Schwester Fan ermutigt sie, erneut hinzugehen und nach der Telefonnummer zu fragen und dabei völlig sicher aufzutreten. Hang versucht also erneut, Wu zu überreden, doch sie bleibt dabei, sie möchte nicht von den Changs angerufen werden und sie schickt Hang weg. Dies gefällt der Familie überhaupt nicht. Xiao Lien, Lidongs Freundin, schreit plötzlich, dass Wu der Teufel sei. Die ganze Familie beginnt sie zu attackieren und zu schlagen. Während sie auf sie einprügeln, nimmt eine der Schwestern sich einen Stuhl und beginnt, Wu damit zu attackieren. Sie schlägt ihr den Stuhl über den Kopf und nachdem sie am Boden liegt, machen sie alle weiter, indem sie ihr gegen den Kopf treten und darauf springen. Lidong hat eine Stange oder ein Rohr in der Hand und prügelt brutal auf Wu ein. Sie schreit laut und Lidong schreit ebenfalls und ist absolut aggressiv. Dies alles geschieht um kurz vor halb zehn am Abend, mitten im McDonalds vor den Mitarbeitern und den anderen Gästen. Die ganze Situation ist innerhalb von wenigen Sekunden völlig eskaliert. Einige der anderen Gäste versuchen nun einzugreifen und die Chance zu beruhigen, doch Xiao Lien schreit sie an, dass jeder, der Wu helfen würde, sterben würde. Darüber hinaus fragt sie noch, warum sie sich überhaupt dafür interessieren, was sie machen. Auch die Managerin der Filiade versucht zweimal, Lidong davon abzuhalten, weiter auf Wu einzuschlagen, doch sie wird von den beiden Shang-Schwestern angegriffen und mit einem Fahrradhelm geschlagen. Da die Shangs völlig außer Kontrolle sind und die anderen ja sehen können, was bereits mit Wu geschehen ist, die Blut überströmt am Boden liegt, traut sich nun niemand mehr etwas zu machen. Die Mitarbeiter des Restaurants haben inzwischen die Polizei verständigt. Nur vier Minuten nach dem Notruf sind bereits drei Polizisten vor Ort und immer noch sind die Shangs dabei, auf Wu einzuprügeln und zu treten. Xiao Lien und Lidongs Töchter versuchen die Polizei aufzuhalten, doch sie werden in Gewahrsam genommen, genau wie auch Lidong, der trotz des Eintreffens der Polizei immer noch nicht von Wu abgelassen hat. Schließlich kann er überwältigt und festgenommen werden. Sogar der zwölf Jahre alte Totio tritt das Opfer noch mehrfach, nachdem die Polizei bereits eingetroffen ist. Er ist dabei völlig ruhig. Eine von Lidongs Töchtern greift bei ihrer Festnahme auch die Polizisten an und regt sich schrecklich auf. Wu stirbt einige Stunden nach dem Vorfall im Krankenhaus. Das Ganze wurde von den Überwachungskameras des McDonalds aufgezeichnet und irgendwie geraten die Aufnahmen ins Internet und verbreiten sich mit rasanter Geschwindigkeit. Die Szenen, die darauf zu sehen sind, sind absolut brutal. Nach ihrer Festnahme gibt Lidong der Presse ein Interview, in der er erklärt, dass er Wu töten wollte, da sie ein Dämon gewesen sei. Innerhalb seiner Familie sind die älteste Tochter Fan sowie Lu Yingchun die religiösen Anführerinnen. Fan war der Religionsgemeinschaft des Allmächtigen Gottes bereits im Jahr 2005 beigetreten. Mitglieder dieser Gruppe haben bereits öfter recht radikale Mittel genutzt, um Menschen zu bestrafen, die kein Interesse an ihrem Glauben hatten. Aus diesem Grund gilt die Gruppe als ziemlich kontrovers und ist auch eigentlich in China verboten. Es ist die Rede davon, dass einmal mehreren Personen die Ohren abgeschnitten wurden und es gibt einige Vorfälle, bei denen Menschen verprügelt wurden und Knochenbrüche davon getragen haben. Nach dem Vorfall, den die Shanks im Fastfood-Restaurant verursacht haben, geht die Polizei hart gegen weitere Sektenmitglieder vor und nimmt einige von ihnen fest. Die Repräsentanten der Vereinigung jedoch behaupten, dass die Shanks nichts mit ihnen zu tun hätten. Die Tat sei nicht religiös motiviert gewesen, sondern wäre von einer Gruppe Psychopathen verursacht worden. Die Kirche des Allmächtigen Gottes, die von Chau We Shan angeführt wird, ist auch unter dem Namen Eastern Lightning bekannt und betet einen weiblichen Gott namens Yang Shan Bin an. Fan und Lu bestätigen, dass ihre Gruppe des Allmächtigen Gottes sich von der Sekte von Chau We Shan unterscheiden würde. Sie würden nicht Yang Shan Bin anbeten und die Gemeinschaft, die von Chau We Shan angeführt wird, sei fake. Sie seien die wahre Kirche des Allmächtigen Gottes und sie selbst, also Fan und Lu, seien die Inkarnationen Gottes und würden sich seine Seele teilen. Shang Lidong ist im Dorf Donggon nie in der Provinz Hebi als viertes von fünf Kindern geboren. Er ist nie irgendwie aufgefallen und seine Bekannten aus dem Ort, die ihn noch von früher kennen, sind absolut perplex, dass er in einen solchen Vorfall verwickelt ist. Shangs Eltern sind bereits früh verstorben. Zwei seiner älteren Brüder hatten damals Anstellungen als Parteisekretär und für die Gemeinde und hatten ein ziemlich gutes Einkommen. Shang selbst hat nach seinem Schulabschluss eine Familie gegründet und wenig später ein Haus gebaut. Er arbeitet als Glasbläser und später auch als Schrotthändler. Da einer seiner Brüder inzwischen im Arzneimittelhandel tätig ist, verkauft auch Lidong nebenbei Medikamente, bevor er dann schließlich komplett in den Pharmazievertrieb einsteigt. Nach und nach wächst sein Vermögen und er beginnt, davon Häuser zu bauen und sie zu verkaufen. Da alle der Geschwister Shang finanziell gutgestellt sind, haben sie eine Menge Einfluss und Lidong nutzt dies aus, um andere zu betrügen. Er vermietet zum Beispiel Marktstände auf einem Markt, der, wie er bereits weiß, nie wieder eröffnet werden wird. Doch er hat bereits die Miete von den Händlern eingestrichen und als sie herausfinden, dass der Markt gar nicht mehr existiert, bekommen sie ihr Geld nicht von Lidong zurück. Keiner von ihnen traut es sich, Lidong deswegen anzuzeigen, da er so viel Macht in der Gegend hat. Einmal gerät er in einen schrecklichen Streit mit seinem ältesten Bruder, bei dem es auch um Geld geht. Er schlägt ihn mit einer Eisenstange und verletzt ihn erheblich. Daraufhin brechen die beiden den Kontakt zueinander ab. Im Jahr 2009 zieht Lidong mit seiner Familie nach Shaoyuan um. Wann er sich von seiner Frau und der Mutter seiner Kinder scheiden lässt und ab wann er Shao Lien als Freundin hat, ist unklar. Im Jahr nach seinem Umzug stirbt sein ältester Bruder, mit dem er sich zerstritten hatte, an Krebs. Lidong kehrt kurz nach Dongwani zurück. Die anderen Dorfbewohner sagen, zu dieser Zeit, im Jahr 2010, hätte er nichts davon erwähnt, Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu sein. Nun, wo der schreckliche Vorfall im McDonalds durch die Schlagzeilen geht, erfahren die Dorfbewohner zum ersten Mal von der Sekte, die sich die Kirche des Allmächtigen Gottes nennt. Sie hatten zuvor noch gar nichts von dieser Gruppe gehört. Alle sind gleichermaßen schockiert, dass Shang Lidong und seine Familie eine Frau zu Tode geprügelt haben. Lidong selbst bestätigt allerdings bei der Polizei, dass er auch bereits damals, im Jahr 2010, ein Mitglied der Kirche gewesen sei. Seine älteste Tochter Fan ist im Jahr 2005 mit der Religionsgemeinschaft in Kontakt gekommen und konnte ihren Vater Lidong im Jahr 2007 zum ersten Mal überzeugen, zu einer Veranstaltung mitzukommen. Und auch er tritt der Sekte bei. Doch kurz darauf geht Fan zum Studieren nach Peking und danach noch ein Jahr lang in die USA. Als sie im Jahr 2009 zurückkehrt, stellt sie fest, dass ihr Vater bei keiner Veranstaltung der Kirche des Allmächtigen Gottes mehr gewesen ist. Gemeinsam mit einem anderen Mitglied überzeugt sie ihn zurückzukehren und dieses Mal können sie kurz darauf auch die restliche Familie bekehren. Sie leben nun bereits seit kurzem in Shaoyuan und um diese Zeit herum lernt Lidong Lu Yingchun übers Internet kennen. Sie behauptet bereits damals, dass sie eine Inkarnation Gottes sei. Sie ist offenbar ein Mitauslöser dafür, dass die Familie ihre eigenen Regeln aufstellt und kurz darauf Fan und Lu anbetet. Denn auch Fan soll ja nun eine Inkarnation Gottes sein. Wann der Glaube innerhalb der Familie Shang dann allerdings so radikal wurde, ist nicht ganz klar. Im Jahr 2012 soll es in ihrer Gegend einige Vorfälle mit Mitgliedern der Sekte gegeben haben, die teilweise sehr radikal gewesen sein sollen. Einem Mann, der nicht zur Kirche konvertieren wollte, wurden die Kleider heruntergerissen und er wurde schwer verprügelt und es gab mehrere ähnliche Vorfälle. Daran waren die Shang zwar nicht persönlich beteiligt, doch offenbar wandelt sich die Stimmung der Sektenmitglieder zu dieser Zeit, was mit dazu geführt haben könnte, dass die Shang so völlig überzeugt von ihrem Recht waren, anderen ihren Glauben aufzuzwingen. Doch was die Chance schlussendlich dazu gebracht hat, abends in einem McDonalds missionieren zu gehen, bleibt ebenfalls unklar. Dies ist eigentlich bei den Mitgliedern nicht üblich, normalerweise machen sie ihre Kontakte über Bekannte und Freunde oder im Internet. Aber zumindest Fan behauptet ja, dass ihre Gruppe eine ganz eigene sei und nichts mit der bekannten Sekte zu tun hätte. Jedenfalls ist das, was sie sich dabei gedacht haben, mitten im Restaurant, vor allen anderen Gästen und Mitarbeitern und vor den Kameras eine unbeteiligte Frau so zu verprügeln, dass sie stirbt, schwer nachvollziehbar. Die Familie ist immerhin jahrelang einem offenbar normalen Leben nachgegangen. Sie hätten eigentlich wissen müssen, dass diese Tat mit ihrer Festnahme enden würde. Fan, die später auch vor Gericht noch versucht, weiter zu missionieren, scheint völlig überzeugt zu sein, das Richtige getan zu haben. Immer wieder wiederholt sie, dass Wu Shaoyan ein Dämon gewesen sei. Warum sie dies dachte, auf der Basis, dass sie lediglich ihre Telefonnummer nicht nennen wollte, erklärt die Angeklagte nicht. Alle der Schangs, mit Ausnahme des zwölf Jahre alten Sohnes von Li Dong, sowie seine geliebte Lu, stehen wegen des Tötungsdeliktes vor Gericht. Dort zeigen sich alle ziemlich unbeeindruckt. Schließlich werden Fan und Li Dong zum Tod verurteilt. Fan verzieht bei ihrem Urteil keine Miene. Lu Ying Chun erhält eine lebenslängliche Haftstrafe. Hang wird zu zehn Jahren verurteilt und Shaoyan erhält eine Strafe von sieben Jahren. Wu's Ehemann, der ja mit seinem Sohn auf dem Weg zum Ort des Geschehens war, um Wu zu treffen, als sich die Tragödie ereignete, ist mit Lus Urteil unzufrieden. Er sagt, sie hätte ebenfalls eine führende Rolle in der Gruppe gehabt und hätte härter bestraft werden müssen, und zwar genau wie Li Dong und Fang mit dem Tod. Am 2. Februar 2015, weniger als ein Jahr nach der Tat, wird das Urteil von Li Dong und Fang vollstreckt. Hang hat im Jahr 2016 geäußert, dass sie die Tat sehr bereuen würde und dass sie damals alle im Rahmen ihres Glaubens ihren Verstand verloren hätten. Was wirklich sehr unverständlich erscheint, ist, dass die ganze Familie, die ja, was ihren Glauben betrifft, sicher bereits auch zuvor nicht jeden für sich gewinnen konnte, an diesem Abend plötzlich so wütend auf Wu gewesen ist. Sie hätten ja damit rechnen müssen, nicht von allen Leuten die Telefonnummern zu bekommen, gerade an einem Ort wie einem McDonalds, wo man vielleicht nicht unbedingt damit rechnet, plötzlich von Missionaren angesprochen zu werden. Wie seht ihr das? Wie konnte es zu dem Vorfall kommen, obwohl die Familie Wu zuvor noch nicht mal kannte und es demnach auch keine vorhergehenden Streitigkeiten gab? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar dazu unten. Natürlich auch zu allem, was euch sonst so zu dem Fall einfällt. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen. Dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen. Bis gleich. Tschüss.